Ein Eldorado für Wassersport-Fans ist Valant Pont d'Arc. Da sind wir jetzt hingefahren, haben uns verabredet mit Loïc. Bonjour. Bonjour Nadine. Escapade Loisir. Loisir. Ich kann es so schlecht aussprechen. Heißt die Firma, für die er arbeitet und er ist ein perfekter Guide für mich. Und wir haben was Tolles vor. Sieben Kilometer fahren wir. Es gibt viele Stromschnellen und eine Sehenswürdigkeit. Ein Naturspektakel Pont d'Arc. Und das zeigen wir euch jetzt. Also mitkommen. Let's go. Let's start. Okay. We go. We go. Bonne route. Bonne route. Are you German? French? Dutch? French. French. Okay. So is it fun here in the Adash? Yeah? Oh, gerade so. 5 km haben wir schon geschafft. Jetzt mal ein bisschen Entspannung. Die letzte Stromschnelle liegt hinter uns. So this is Pont d'Arc, right? Yes. It's the fabulous Pont d'Arc with nobody ready. And it's very rare. So you have to profit. And after we have 2 km more to go to the end of the trip. Okay. And this is one place to see. Like you see the audience over there. So can you tell us something about the history of Pont d'Arc? Yes. So you have to imagine that a long time ago the river was going straight on. And after, as the water is always going straight in the stone, a hole. And it's a miracle that the Pont d'Arc is still like it is now. It was very old. Also schon lange her, dass das Wasser sich seinen Weg gesucht hat und dort durch ist und es ausgespült hat. So how long is the Adash and the whole length? Yes, it's 120 from the beginning to the end to the road. Wahnsinn, oder? 120 km ist eine lange Strecke, die schaffen wir heute nicht. Aber wir haben ja insgesamt sieben vor. Fünf haben wir schon. Also bleiben zwei übrig. Die nehmen wir jetzt. Let's go. Okay, let's go for the two last kilometers. Genau. Oh, war das toll. Sieben Kilometer haben wir geschafft. Das war entspannt, das war abenteuerlich, total schön und man kann wirklich nur empfehlen das geht jetzt noch 25 kilometer weiter also einfach mal machen sich treiben lassen ein bisschen kraft investieren und man kann auch ein zweitagestrip draus machen und hier übernachten ein bisschen was mitnehmen und was haben also es lohnt sich daumen hoch